servus leute ein neues video auf youtube ich bin der jonas und ja ich bin heute in darmstadt mit dem tim und ben die sich gerade im hintergrund den arsch ablachen mal wieder jetzt muss ich wieder alles piepsen man ja genau wir machen eine kleine enduro tour beziehungsweise der tim und ich sind auf dem trail bike unterwegs ben hat natürlich mal wieder hier 170 millimeter federweg deshalb musste immer vorfahren einfach aber war ein ganz cooler tag wir machen jetzt unsere letzte abfahrt letzter trail aber ihr seht paar clips hat bock gemacht heute war gell und für euch gibt es zwar gopro clips ich wünsche euch wie immer viel spaß und wird sagen wir sehen uns auf dem trail let's go so jetzt jetzt könnt ihr was sagen servus zusammen ich bin es euer jonas in die sonne ich bin der gabi und heute hat der jonas gegeist langsam jonas langsam langsam es ist mir eine ehre ich weiß tim nein seh nix angst heute muss ich wieder mit den schnellen menschen fahren da habe ich angst das ist aber eng und die pressen natürlich gleich weiter hier jetzt keine pause hier knorr fix und fertig fährt wieder insides alter drop okay 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 oh gott Okay. oh die treten hier oh 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 Gott. Oh, ah. So, kleine Jumpline. Oh, Durchschlag. Haha, alter. Alter. Oh, es ist rutschig. Freund. Wuh. 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 Oh. Ah! Haha! Ah! 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 Oh, Ah! 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 So, der letzte Trail erfolgreich absolviert Das war's von dem Video, zum Ende kommt auch noch mal die Sonne raus, hat ganz schön geblendet gerade Aber war trotzdem ganz geil, wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder Viel Spaß beim Radfahren und haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal